Sechze Spieltag, Montag, 5. August, 19 Uhr. Waldhof Mannheim gegen 1860 München. Waldhof Mannheim hat gewonnen, 4 zu 0. Alle Lauterra hassen ist das entsetzliche Aufnehmer, aber egal. Markus Schulz, Kevin Kornert, Markel Sigert, Michael Schulz, Jan-Henrik Marx, Marco Schauster, Dorian Dierking, Gantluga Kokorte, Bindigt dos Santos, Falmir Sulmani, Harri, Mauerike, D, 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 F, L. Das war's von Waldhof Mannheim. Jetzt kommt 1860 München. Henrik Bonnmann. Felix Weber. Herbert Paul. Philipp Steinhardt. Denise Erdmann. Denise Tresel. Daniel Wein. Es kann Bekehr Club. Sascha Müldrich. In Namen Kindsvater. Marius Wiltsch. Das war's von 1860 München. Waldhof Mannheim hat gewonnen. 4 zu 0. Mach. Ralf Binns Stadion. Aber es ist ein besonderes Stadion. Und das war's von der Ralf Binnsstatt.